Hallo mein Zuschauer und Willkommen zurück zur mittlerweile schon 10. Folge, mit der Alec-Mod. Ich habe hier letztens noch 4 von den Dinger ausgegeben, die waren hier. Und direkt hier drunter war Eisen. Das will ich gerade noch dabei abzubauen. Boah, besser kann es nicht laufen. Jetzt sollten wir uns... Oh, oh, oh. Sollten wir uns unbedingt noch mehr Kohle zuschaffen. Und natürlich auch Stein für den Ofen. Vielleicht etwas kluger, klüger. Ich kann schon nicht mehr reden. Ja, und dann können wir uns jetzt gleich unsere allererste Karte kriegen. Jetzt müssen wir ihn noch vielleicht noch hoch finden. Ja, gut. Gib mal kurz... Oh, das ist doch ein Schiennöbel. Ach, Nachtsicht. Vielen Dank. Ihr seid zu gnädig. Ähm... Ja, jetzt noch mehr Kohle. Perfekt, gehen wir mit. Bisschen Höhlenforschung hier. Wie viel Spinnen gehört? Wohl. Irgendwo schon Spinnen. Okay. 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 Wie viel Kohle geht's hin hier? Oh, na. Wie sich das anhört. Auch keine Nacht ist mehr. Schöne hier auf jeden Fall eine. Wir sind hier definitiv irgendwo an einem Spawner. Oh, wir haben hier 18 Eisen gefunden. Wir werden jederzeit unser Tal herrufen. Alter, noch mehr Eisen? Was? Was ist hier los? Oh mein Gott, was ist das hier? Ah, es gibt hier sogar auch ein Herz. Ich gehe immer tiefer in die Höhe. Na, Kohle? Nee, Silikon. Silikon. Der Spezialko ist der Schrott. Ich hoffe, wir gehen, wenn unser Spezialko Schrott ist. Ach. Ich habe es nicht gesehen. Ähm. Geben unten oder oben? Hier ist mein System so, wie ihr seht. Wahrscheinlich kein bisschen. Hier ist noch mehr Eisen. Hier ist noch unnormal. Wie Eisen hier ist. Alter Schwede. Jo. Weißt du was? Damit ihr was seht, ja. Damit ihr was seht. Damit ihr was seht. Oh, deshalb wird auch ein bisschen vorteil. Aber ihr seht jetzt zumindest mehr. Und hier ist... Hä? Wie viel Eisen? Ich kann ja mal kurz zeigen. Wir haben bis jetzt schon... nur 28 Eisen. Was? Wie kam das bis hier vor? Naja. Okay. Warten wir noch mehr. Seht ihr? Alter. Hier ist eine gute Ecke. Höhle. Oh. Was ist das hier für eine Höhle? Hier sind zwei Eisenadern direkt übereinander. Noch nicht. Na egal. Hier ist noch mehr von... Hier ist noch mehr Kohle. Ey. Was geht hier ab bitte? Jaaa. Ist so... Was? Es ist... Unnormal. Die Kohlen direkt noch runter. Jaaa. Genau. Ich hab einfach noch ein bisschen. Die Kohlen hier hin. Ich hab jetzt gesagt, das ist doch geil. Ähm. Wir müssen ja kurz die Tarnas hier hinholen. Und... Wir haben keine Höhle jetzt. Ne? Obwohl... Wie haben dann meine Kistalle. Alter! Was?! Was?! Wieso ist hier so viel?! Was?! Okay. Ich hab jetzt die Menge an der Kistalle. Whatever ist das! Hier oben ist es eben oben Holz und bauen das mal alles ab. Äh, ich zieh dir so viel Eisen wie noch liegen kann ab. So, wir brauchen erst mal ein Schlafding-Zerbe, darf mir mal aufnehmen Holz. Äh, wir machen erst mal zwei Points. Zwei Points... Erd... Äh... Okay, wir müssen einmal kurz... Aber... Ähm... Wir gehen einfach mal... Overworld... Okay. In der Höhle wollen wir natürlich nicht sein, das heißt, hier gehen wir ein bisschen mit hier. So, auf Höhe 90. Willi... Willi... Wie viel aber auch... Wie viel aber auch... Wir müssen gleich noch alles schmelzen, wir haben ja irgendwie... Wer haben wir? Also ja, das reicht für zwei Öfen. Für den einen schmelzen wir das Eisen, dem anderen... Und ein schönes... Brass... ... 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 Ja, wie viel Gold haben wir denn gerade, ist die Frage. Sieben. Wir bräuchten zwei mehr. Zwei. Trocken pigments Gold. Ich weiß, dass es auf Gadi Frey Gold gibt. Ja, Eisen. Wir gehen mal kurz zurück zum Waypoint. Platze, Select. Unnormale, Weg4 hier ist. Unnormale. Wir haben bestimmt über ein Steak Eisen gleich. Ist da noch mehr Kohle. Wie? Wie? Hab ja auch nichts geändert oder so? Meine Tastatur spielt gerade. Hallo? Stopp. Stopp. Ja, äh, meine Tastatur spielt gerade. Geil. Hallo? Ich drücke... kein W. Hier, ich glaub einfach... Was ist denn jetzt mit der Tastatur los? Jetzt geht's. Wohl. Was zur Hölle? Wir haben jetzt schon wieder 13. Ihr wolltet doch nicht erzählen, dass es normal ist. Und ihr wisst doch nicht ganz zonnig. Bis jetzt schmelzen. So, ich flieg nochmal irgendein Ding jetzt. So, ich flieg nochmal irgendein Ding jetzt. Drum. Und wir sehen nichts. Auch geil, weil ich gestorben bin. Hier ist nochmal Eisen, komm her. Jetzt ist er nicht mehr. Ist hier noch mehr? Ja, ist einfach noch mehr. Okay. Wir sind echt ertragreich. Warte. Hier. Wo hab ich hier alles? Ja, ne? Hier hab ich alles gut. Und auch wieder nach oben. Da hinten hin. Falsche Richtung. Das ist ja nicht normal. Hier. Pfff. Wir zählen gleich mal wirklich, wie viel wir bekommen haben. Hier sind noch mehr Sonic Pustles. Also das ist meine echte Farm voll. Und da hinten ist Gold. Yes. So, meine Sachen hier. Ne? Okay. Ja. Der Max ist gleich cool. Hier sind noch mehr Eisenbeer, ne? Pfff. Jetzt fehlt es nur noch, dass wir Diamanten sind, Alter. Wer sind wir? 25, wir sind auf der Höhe von Dias. Ach Gott, ey. Rhythmus Ende, oder? Smaragd, genau. Genau. Jetzt ist es an, nochmal. Ah ja. Hört euch das an, wir haben jetzt schon wieder 45. Wie? Wie lange sind wir schon? Wir sind schon bei 16 Minuten. Alter. Ja komm, die Kohle nehmen wir auch noch mit eben. Oh, ich hab kein Platz mehr. Hopp. Ich bin nur sicher gehen, dass hier hinter nichts ist. Mal drunter. Ich hätte das nicht gewusst. Gut. Ja. Ja, wenn ich soll, gehen wir mal zurück, ne? Ja, ich hab's hier geräumt. Uff. So. We go in. So, klingt doch wie Dingens. Wir haben... Wir haben über den Steak Eisen. Oh, was? Was? Sonic Wüstel. Skyhift. Und schonmal alles in die Erzekiste. Das gehört natürlich nur schnell zu, ne? So, unsere Komponenten. Äh. Rass. Rekon. Mh. Was die machen wir gleich noch? Jo. Danach machen wir unsere... Sag gar jetzt schon. Uiuiuiui. Und dann haben wir unsere Karte. Rekon. 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 Nö, halt die Kiste. Richtige Kiste. Wurden wir mal nicht hütteln, ne? Ja, wahren sie mal. Das war halt so... Uff, sprich mich doch nicht. So. So. Mit der Hammer. Drei. Und... Nummero... Vier. Eins. So. Eisen haben wir auch schon gut viel. Da können wir mal ein bisschen Kohle noch. Wunderbar. Den Rest lagern wir alles ein. Moment. Da ist noch... So. 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 Du hast uns mit in die Kiste. Ähm ... Hier解釋. Ihr kommt durch ... Da rein. Ja es ist egal. Ähm ... Ähm... Ihr kommt ... Und das wird ... Ähm... Da rein. Kommen die zu den Baublöcken. Das da kommt zu den Buffen. Das kommt zu Essen, das kommt zu Brücken. Das zweite Hände kommt aus dem Alperoffen. Wir sagen, wird dir noch alles zu Ende geschmolzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.